Lemur, der du, Nurev gleich, figurentanzend, schwebend leicht, in deinem Unsinn unerreicht, uns zeigst des Urwalds Ursinn, dass alle Dinge pur sind. Bekloppt gehopst, naja, vielleicht, dem schlichteren Betrachter reicht's zu fragen, ach, was macht er, der Affe, und dann lacht er. Der Zweifler fragt, ach komm, Lemur, was soll denn das, und sag nicht nur, es dient der Arterhaltung. Da taugt die Art der Haltung trotz aller Grazie kaum für, dein Weib sitzt still im Baumtier. Der Affe schließt die Augen, sein Tanz muss zu nichts taugen, sein Tanz ist nicht zu stören, sich selbst will er betören. Ob seine Pirouetten in Darwins Sinn Sinn hätten, das kann man sich wohl fragen und müsste dann ertragen, dass dieses Affens Anmut zeigt, dass er was er kann tut, ganz ohne Sinngebäude, allein im Dienst der Freude.